In diesem Erklärclip wollen wir euch Clickbait erklären. Clickbait bedeutet Klickköder. Aber was sind Klickköder? Clickbait sind Artikel oder Videos mit reißerischen Überschriften. Diese sollen Neugierde und emotionale Reaktion hervorrufen, wie bei Henrik. Social Media Plattformen und Zeitungen nutzen Clickbaiting, um Klicks zu generieren. Journalisten wie Peter machen sich darüber Gedanken, welche Überschriften am besten geeignet sind, um User zum Anklicken zu animieren. Henrik klickt auf diesen unglaublich interessanten Artikel, um sie das Video anzugucken. Dabei fällt ihm auf, dass er veräppelt wurde und das Video nicht annähernd so interessant ist wie gedacht. Dies ist sehr enttäuschend für die User. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Namen wurden frei erfunden und sollen niemanden angreifen. Vielen Dank fürs Zuschauen.